Wer von euch war schon einmal in einer Moschee? Klar, wenn man dem Glauben angehört, besucht man dieses Gotteshaus natürlich regelmäßig. Aber sonst? Meistens bestaunt man sie nur von außen, wie sie schön und bunt dastehen und möchte bestimmt schon mal wissen, wie es eigentlich im Inneren des Gebäudes aussieht. Aber mal reinschauen tun wohl eher die wenigsten. Wir begleiten heute Recep Yilkin, wie er in der Zentrum-Moschee seinen Glauben praktiziert. Hier in Hamburg, in einer Stadt, wo der Islam längst zur Gesellschaft gehört, aber irgendwie vielen doch noch einigermaßen fremd ist. Recep zeigt uns, was für ihn alles dazugehört. Und damit ist nicht nur das Gebet oder die vorherige rituelle Waschung gemeint, sondern vor allem auch die Gemeindearbeit, die ihm am Herzen liegt. Bunt, lebendig, Multikulti. Das ist St. Georg. Anfang des 20. Jahrhunderts fand man hier noch ein Heilbad. Heute die Zentrum-Moschee. Recep Yilkin ist 23 Jahre alt, studiert Politikwissenschaften und engagiert sich in seiner Gemeinde. Die Moschee ist für ihn auch ein Ort der Zusammenkunft. Vielleicht sogar das Wichtigste der Religion, also des Islams. Alles beinhaltet immer die Gemeinschaft, also das Gebet. Man kommt zusammen. Für das Gebet gibt es bestimmte Riten, die eingehalten werden müssen. Die rituelle Waschung ist Pflicht für bestimmte Praktiken, wie zum Beispiel das Gebet. Weil wenn man aus dem Koran rezitieren will, muss man die rituelle Waschung vornehmen. Äußerlich macht man sich sauber, aber eigentlich ist es auch eine innerliche und eine spirituelle Waschung. Das Gebet muss auf reinem Boden stattfinden. Schuhe werden vor Betreten der Teppiche ausgezogen. Kleidung soll sauber sein. Der erste Teil des Gebets ist freiwillig. Er beginnt mit dem Ruf des Muezzin. Alle sind in einem Raum, aber jeder betet für sich. Auf das freiwillige Gebet folgt das Pflichtgebet. Dieses wird vom Imam geleitet. Ganz vorne ist der Imam und ganz hinten ist der Muezzin. Das ist der Koordinator, der koordiniert alles, auch die Gebetsrufe und was auch danach passiert. Man fängt halt der Imam an zu beten und man schließt sich dem Imam an. Alles, was der Imam macht, macht die Gemeinschaft hinter ihm dann halt nach. Es gibt vier verschiedene Gebetsstellungen. Das Niederknien oder sich verneigen soll er Furcht vor Allah ausdrücken. Im Sommer müssen Muslime dafür auch mal um 5 Uhr morgens aufstehen. Denn die Zeit für die fünf täglichen Gebete richtet sich nach Sonnenauf und Untergang. Als Abschluss wird Allah 99 Mal gepriesen. Eine Gebetskette mit 99 Perlen erleichtert das Abzählen. Anschließend hebt man die Hände zum Bittgebet. Der abschließende Gebetskreis ist wieder freiwillig. Recep hält alle Gebetszeiten genauestens ein. Seine Kommilitonen finden das spannend. Bei der allgemeinen Öffentlichkeit sieht er allerdings noch oft Berührungsängste. Es gibt auch Leute, die einfach Vorurteile haben und sagen, okay, Moslem, okay, sofort ist er Islamist. Und dieses Wort ist ja auch vollkommen falsch. So etwas gibt es eigentlich gar nicht, Islamist. Das ist ja das Terrorist. Und das wird so gleichgesetzt, wenn man Islamist hört, das ist der islamische Terrorismus. Und das sind einfach die Sachen, die sehr verletzend sind, viele Menschen hat, viele Kulturen. Und man trotzdem miteinander leben kann. Also ich finde, so sollte es sein. In seiner Freizeit leitet Recep in seiner Gemeinde eine Jugendgruppe. Ein tolerantes Miteinander versucht er auch der nachfolgenden Generation zu vermitteln. Das ist ein bisschen warm. Vielen Dank.